Das macht Spaß! So Freunde, es ist wieder soweit. Phil und ich shooten ein neues Video. Und zwar dieses Mal zusammen mit Slavic im Freizeitpark. Also, wer mich jetzt noch nicht kennt, ich bin Sandro und ich shoote immer mit Phil zusammen die Sketche. Und hier auf dem Kanal findet ihr Behind the Scenes, Outtakes und alles, was an diesem Drehtag passiert. Also, wenn ihr das verpassen wollt, abonniert den Kanal. Und die, die den Kanal schon abonniert haben, ihr kennt das Spiel. Schaut euch zuerst Phil's Video an und Slavic's Video. Beide Videos findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn ihr da unten seid, dann lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da. Und dann merkt ihr euch diese Zeit und dann kommt ihr zurück ins Video. So, wo fahren wir jetzt hin? Mir fahren in den Freizeitpark. Ich bin auch dabei. Was ist das für eine geile Brille, Alter? Geil, ne? Die ist krank, oder? Ey, die erinnert mich so ein bisschen an John and Depp, Alter. Echt, ja? Ja. Richtig Morph Boys, Alter. Nur für deine Tasche haben wir jetzt so einen Bollerwagen. Die muss da wieder raus. Okay. Dann habt ihr vielleicht auch irgendwer organisiert, der die schiebt? Der Belendi, aber es fühlt sich richtig an wie so ein Familienausflug jetzt, Alter. Bei den White-Hit-Drehs hat er auch immer alles in Bollerwagen. Ja. Und ganz unten in der Kiste wird. Ja. Das ist unser Crack-Löwe. Ich bin der Crack-Löwe. Ich bin der Crack-Löwe. Ich bin der Crack-Löwe. Das ist Fatih und der macht heute Turn. Geil. Ich setze ein Prümer darauf, dass Phil zuerst von deinen Fans erkannt wird. Echt? Echt? Was sagst du? Nee. Du sagst nee? Ich glaube, ich habe viel mehr so Fans, die einen ansprechen. Ich setze auf Phil. Ich habe schon seine Bitcoins. Der ist eine gute Quelle. Deal. 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 Und was wettet ihr denn? 5 Euro. Turn up. Oh, sorry. Oh, scheiße. Sorry. Hoffe, ich kotze. Wenn ich kotze, Jungs, sorry, Alter. Hinten. Aber ist gut. Geht viral auf Social Media. Genau, dann geht schon mal bei deinem Charakter. Okay. Ich bin dein Charakter. Ich gehe. Ich bin dein Charakter. Okay, Kamera los. Deiner klatschen. Okay. Ja, man, da war los. Geil. Geil. Ja, hohohoho. Warte mal, warte mal. Jetzt geht's los. Jetzt geht's ab. Ja, ne, ich gehe mal einmal. Du hast gesehen, der hat auf jeden Fall gesagt. Aber er hat ja noch nicht angesprochen, du. Ich glaube, der Ben ist heute 5 Euro reicher. Ich habe einfach 5 Euro gemacht. Junge, der Mann spielt mit seinen Requisiten. Nein. Ich bin nur 2 Pixeln in der Arbeit. Was war das? Okay. TikTok left the channel. Dreck gesperrt. Gleiche Einstellung. Okay. Ich glaube, zu groß. Ha, groß genug. Ich glaube, ihr habt mich eingesperrt. Wir haben Winter abgeschlossen. Wir haben eine Wette. Wer als erstes erkannt wird von euch. Ich habe 5 Euro aufgeführt. Ich habe 5 Euro auf dich. Und der guckt schon die ganze Welt. Dabei traut sich nicht. Wer als erstes erkannt ist. Wen hast du zuerst erkannt? Beide. Beide. Nein, noch eine Plattige Runde. Genau. Wenn ein 50er-Sohnkinder sagt, ja, stimmt, hast recht. Hol mal deinen Alman-Schmann. Hol mal deinen Alman-Schmann. Du mein Alman-Schmann. Hast recht, hol mal deinen Alman-Schmann. Ich lüte zu. Achtung, einmal aufstehen. Und Phil, bitte. So. Ja, aber... Gott, pisst dich jetzt, Junge. Hier, sein Alman-Schmann. Weg damit jetzt. Okay, danke. Jetzt hat es, glaube ich, ein Foto mehr als Bilder. Ich muss sagen, geht an mich der Fotos. Ja. Wir wollen einfach, wenn er Fotos gemacht hat. Aber wir können jetzt nicht irgendwie die Spielregeln ändern im Nachhinein, Alter. Have a nice day. Hey, was geht? Was? Na? Willst du noch eine Banane? Nein. Wir kriegen gleich Essen, meinten die. Ja? Aber dann habe ich ja diese Banane voll umsonst. Wieso hast du die denn? Ja, die hätte ich für dich. Ich habe dich geholt. Na, genau. Doch. Du hast doch Hunger. Hast du damit irgendwas gemacht? Nein. Nein. Hä? Du, ich klappte. Boah, was? Mega Prank. Mega Prank. Wir brauchen eigentlich dieses Teil, ja. Mein Männer guckt deine Videos nicht. Doch, ich gucke die. Und jetzt wollte ich dich noch fragen. Wie machst du das immer? Ich dachte, du hast das immer im richtigen Moment gedreht. Boah, ja. Ich kann das alles im Nachhinein machen. Ach, jetzt check ich das. Turn up. Oh mein Gott. Spongebob lebt gar nicht. Spongebob lebt da. Ja, das wäre ein Mensch. Hä, weil wir wissen, dass er nicht lebt. Ach so, schläft er so? Ja. Auf dem Kopf. In die Ecke gestellt. Auf den Tisch. Du wirst das. Ich kriege es aus. Ja, ey. Das Anzeige ist raus, oder? Aber es ist schon witzig, dass er mir beide weiße Socken anhat. Muss. Ein Partner-Look. Ibu-Akku-Pack habe ich irgendwas vergessen? Ach ja. Eine ordentliche Putzungsspaß. Warte, du musst hierbleiben. Okay, danke. Geil. Lass ballern. Ja, los. Geil. Und wenn der Knöchstballer fährt. Da ne Daubajombleh. Ich will doch nicht Alman, Junge. Ich muss mal ganz kurz telefonieren. Haben wir eine Sekunde? Hallo. Na, alles gut? Boah, der Empfang ist so schlecht. Warte, ich muss mal die Antenne weiter rausfahren. Hallo? What a Alman, Alter. Weiß nicht, was du meinst. Nur noch krasser wäre es, wenn der Helm auch aus so einer Farbe wäre, Alter. Oder der Helm noch so einen Überbezug hätte, Alter. Das würde es richtig toppen, oder? Ja. Aber eigentlich, wenn ich sage, tschau am Ende. Tschau am Ende. Tschau am Ende. Boah, mein Junge. Ihr seht doch Notfall. Da bleibt Feuerwehr. Ja, jetzt geht's doch nicht. Ja, jetzt geht's doch nicht. Ja, jetzt geht's doch nicht. Perfekt, danke. Kann, kann jemand Kampfsport von euch? Karate vielleicht? Ja? Ja, gut. Personalien vielleicht einfach. Ach komm, aufnehmen. Viel Tasche oder so? Du betreibst jetzt nicht. Okay. Sketch im Sketch. Hey! Was bist du jetzt da? Weil du nicht jubst. Stell bei dir auf, blöd. Sehr gut. Ey, der Schluss. Der Schluss ist sogar. Weil du bist eigentlich schon der Wichser, aber am Ende kassiert der Alman, der wirklich nichts gemacht hat. Nix dafür kann, ne? Das macht Spaß. Das macht Spaß. Voll die Scheiße. Turn up. Turn up. Voll viele haben so Sitzbälle dabei. Hallo, lieber Lennart. Na? Na? Was balancierst du hier? Schönes. Ich balanciere einen Boomhole. Was gibt es Schöneres als im Freizeitpark Regen? Der russische Freefall Tower. Der russische. Oh, der ist ja mal in Betrieb. Das ist jetzt der Freefall Tower von ganz nah. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 100 kmh sind. Das sind doch gerade mal nur 50 Meter oder was. Ey, ich hab immer so Paras, dass so ein Pieker vom Regenschirm mir so voll das Auge aussticht. Alter. Ihr auch? Ja, das ist voll normal, oder? Voll normal, ey. Ey, lass dich einfach drauf ein. Diese Wildwasserbahn, die tut dir gut. Danach geht's dir besser. Ich glaub mir. Also, kann sein, dass es dir dann nochmal richtig scheiße geht, aber danach geht's dir dann besser. Scheiße, meine Hände. Das? Hände? Ja. Steht? Auf meinem Fuß. Achtung! Noch einen, bitte. Weil's so schön war. Fick dich! Fick dich! Die letzte Szene! Klang ein bisschen, du weißt schon wie. Hat mich an die Schwarz-Weiß-Zeit erinnert. Was? Was für das Schwarz-Weiß? Okay, wir sind abgedreht! Nice Spray-Talk, Alter. Mega. Hast du gut gemacht? Ja, du auch. Vor allen Dingen die... Also, glaub ich. Ich hab nichts gesehen, aber... Ja, ist gut, Mann. Das war ein Diggi. Danke dir, ja? Ciao. Bis gleich im Auto. Okay, um jetzt unsere Wette aufzulösen, wer zuerst fotografiert würde... Was soll man da sagen, ne? Ja, beide wurden zuerst fotografiert, also zusammen. Deswegen kriegst du auf jeden Fall 5 Euro von mir. Du kriegst natürlich auch 5 Euro, ne? Ja, danke. Mach's gut, ne? Wir sehen uns bei der nächsten Wette. Ja, tschüss, ne? So, Freunde. Der Drehtag ist vorbei. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn's euch gefallen hat. Und schaut euch Philz und... Philz und Slavik's Video auf jeden Fall noch an, wenn ihr das nicht gemacht habt. Und... Wir sehen uns im nächsten Video.